Die F800 GT, ein weiteres Modell aus dem Hause BMW, dem auch wir uns angenommen haben. Wir haben also hier ergonomisch eine Verkleidungsscheibe, die einiges höher ist als die Originalverkleidungsscheibe. Wir liefern sie in transparent, wie auch hier zu sehen in Rauchgrau. Dann haben wir hier vorne einstellbare Brems- und Kupplungshebel, die wir auch in der Länge oder in der Weite einstellen können, je nachdem. Also wir können wirklich auf jede Handgröße den Hebel einstellen. Wir haben hier vorne für Touren einen Navigationshalter, den man montieren kann, in Verbindung hier auch eine 20 mm Lenkererhöhung, um den Lenker näher zum Fahrrad zu bekommen. Wir haben den Tankrucksack hier, einmal die kleinere Version. Man kann aber auch noch die größere Elephant-Version montieren. Die ist dann nochmal ausziehbar und mit Seitentaschen. Wir haben hier weiterhin verbaut eine wunderliche Ergo-Sitzbank. Ergonomisch geformt für Fahrer und für Beifahrer, gerade für lange Touren, sehr, sehr angenehm. Dann haben wir hier einstellbare Rasten für den Beifahrer. Die können also in der Weite eingestellt werden. Für lange Touren nicht zu vergessen, braucht man natürlich klar Gepäck. Wir haben hier zu sehen den Träger für die Soft-Taschen von HEPCO und BECCA, die sich somit optimal auch für lange Touren eignen. Und in Sachen Optik und Sound natürlich den Powergun von GPR. Hier in Poliert gibt es natürlich auch in VA. Und alle weiteren Informationen, sowie auch weitere Produkte, was jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen würde, finden Sie bei uns auf www.wunderlich.de.